Aber die Feuerleitern sind in Ordnung, also die scheinen sie gefixt zu haben schnell. Da gab es bestimmt einige Tote. Wo runtergefallen sind, irgendwelche Clipping-Fehler. Ja, weil du weißt es doch, wenn irgendwo so kleine Gegenstände sind, so Obstacles, dann morphst du dich ja automatisch so drüber. Ja. Das hat er hier bei den Feuerleitern wahrscheinlich auch gemacht. So. Hier ist das Feuer. Das ist ja schön hier oben. Blauschiges Plätzchen, ne? Ja. Aber Loot ist keins da. Äh, wo hast du die Knifte her? Ja, bei den Kämpfen vorhin in der Safe Zone. Sag mal, ich bin da die ganze Zeit einem hinterher gelaufen, hab mitgemessert und er ist dann mal irgendwann krepiert mit dem Marschfall. Scheiß. Okay. Da haben wir uns gleich drauf gestützt, wie die Geile. Ja. Ne, weil du gesagt hast, deine Ausmaßung ist weg. Ne. Bin ich nicht so. Naja, hier ist nichts. Yay. Ich will wieder runter gehen. Ich will hier auf die andere Seite drauf. Ja. Ich will es nicht riskieren, hier rüber zu springen. Oder versuche hier rüber zu springen. Oh, geht? Ja. So. Guck mal, hier liegt es. Haufen Zeug. Bantagen und so weiter. Suing Kid. Blablabag. Komm. Noch ein paar Pillen konsumieren. So. Ich check mal das andere Dach da drüben. Das sieht sauber aus. Guck mal, hier oben ist noch mehr. Jupp. Ach, diese missigen Traveller-Backs. Braucht kein Schwein. Gucken wir mal die schriftlichen Munition um. Ja, aber nimm die Traveller-Backs ruhig mit. Das kannst du alles im Marketplace verticken. Ja. Das ist ganz gut so. Ich meine, viel Kohle kriegst dafür nicht. Oder auch so Kartenspiele und so Scheiß, weißt du? Ja. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, Junge. Ah, hier sieht man doch relativ weit. Das ist dieser verfickte Bodennebel, der da überall ist. Nervt. Ja. Oh, ich finde es in Ordnung. Ich habe das auch auf Standardsicht weiter. Ich finde ich werde sogar noch runter schrauben, weil, weiß ich nicht. Ich muss nicht tausend Kilometer weit gucken können. Das killt irgendwie die Atmosphäre dann. Eine Idee, was man machen könnte? Ja, ich brauch den... Oh, ich muss erstmal gucken, mir was zu fressen hat. Er hat nämlich nichts zu fressen, oder? Zählt das hier? Gibt das Hunger-Dingens? Ich weiß nicht. Ich bin zufrieden. Ich kann die Kleid zusammenhalten, lange nachdem ich habe gemeldet. Ich kann die Kleid gesoldet. Ach, so ein Scheiß ist das. Lass mal irgendwo in den Supermarkt gehen. Ich brauch auch was zu fressen. Eben. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut, also ist es geil, dass du nicht positionsbedingt speichern kannst, in dem Sinne. Also irgendwo abhauen und dann bist du dann wieder genau auf der Position. Das ist schon ganz geil, weil so hast du nicht diese ganzen Camper-Facts wie in DayZ. Ja. Aber wenn du in einer Safe-Zone bist, dann sollte das schon funktionieren, irgendwie, finde ich. Ja, stimmt schon. Schon alleine, um diesen ganzen PvP-Gedöns aus dem Weg zu gehen. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, das PvP-Gedöns. Nee. Mach es nicht. Ich meine, ist okay. Ja, aber man sollte nicht dazu gezwungen werden. Oh, wenn man die Leiter runter geht, dann kommt da schon mal ein bisschen... Muss man aufpassen, ne? Naja. Ich hab nämlich nur noch ein Viertel ungefähr an Nahrung. Oh, bei mir sieht's auch nicht viel besser aus. Schlechter. Ich meine, er droppt dann halt Health-Punkte, ne? Und das ist okay, da kommst du noch eine Weile mit hin, also... Ich bin nämlich heute auch mal hungrig in der Gegend rumgelaufen. Und jetzt steck ich in der Wand. Boah. Ähm... Gehen wir mal hier Richtung Old Burnham, das man noch irgendwo merkt, oder? Hast du ne Ahnung, wo hier der nächste Markt ist? Warte, ich guck mal auf der Mappe. Ja gut, diese drei, vier großen, die sind noch ne ganze Ecke weg, bis dann wird noch was... Hey, guck mal her, hier über die Ecke. Die sollten eigentlich... Ein Block vor der Safe Zone ist immer viel gewesen. Guck mal hier. Weißt du ne Ahnung, was diese Fackeln hier zu bedeuten haben, oder ist viel Blut? Äh... Ganz spontan würde ich mal sagen, Falle. Okay, lass mal hingehen. Haha, cool. Ja, weil so... So Flares kannst du kaufen, was? Ja. Wollt E2 examen. Aber ich kann hier nix examen. Vielleicht konnte der noch nicht... Ah, how I missed the internet, except for the comments. Definitely do not miss the internet comments. Das sind so random sentences, die hier dann... I guess he keep playing while his ship was sinking, so to speak. Aha, okay. Hier der Kinderwagen glaube ich auch. Hey, könnte mal was rumliegen. Oh, hier liegt was rum. Bootflinte, Munition. Hier liegt auch was. Ne, oder? Doch, es ist... Ne, doch, ne, ist ein Loch. Hier ist ne Flinte. Oh, die ist leer. Kannst du immer mitnehmen. Da gibt's alle Kohlen beim Marketplace. Gibt's alle Kohlen beim Marketplace. Da wo die zwei diagonalen Straßen vom Old Burnham District in die Ohio und in die Madison gehen. Ja. Da sollte ein großer Plaza mit Haufen Scheiß sein. Oder wir gehen direkt runter nach Old Burnham zu diesem großen Baileys oder Berries. Ja, lass das mal hingehen. Zu Old Burnham direkt. Alright. Hier ist ein Militärlaster. Mhm. Und hier ist auch ein Laden. 24-7. Die kleinen 24-7 sind gut, ey. Da hab ich bis jetzt immer volle gehabt. Quick Speed Energy Bar. Brauchst du den Energieriegel? Nimm, nimm, was die kriegen kannst. Naja, das gab nicht viel. Den sind, wenn überhaupt. Guck mal, rechts ist der Militärlaster. Ah, das ist hier so eine kleine Dingens. Ein kleiner Checkpoint oder sowas. Ich geh mal auf den Wachtturm. Guck mal, hier liegt ein Sturmgewehr. Du hast ja eins, gell. Hier oben ist zweimal Schrotflintenmoni auf dem Wachtturm. Auf dem anderen, auf dem anderen, auf dem anderen. Ah, das ist klar, hol ich mir, wenn's genehm ist. Oh, hier ist auch ein Shop. Ein Stück weiter. Hast du einen 50 Cal? Nein. Nimm mich trotzdem mit. Ah, der grüne Shop? Ja. Ah, der Tanksteinshop. Geh ich hin. Und was war jetzt hier bei dem Feuer noch? Äh, nix mehr. Ein M... Der M4, das hab ich mir aufgenommen. Oh cool. Hier ist das Sturmgewehr mit dem Zielfernrohr. Hast du noch gehört? Oh, hier gibt's ein Beicheisen. Ne, ich hab dieses andere, dieses... MAC DR-15. Okay. Dieses halbautomatische Teil, ja. Ja. So. Mal weiter. Warst du schon im Shop? Ja, da war nix. Wall Pay. Was auch gut ist, immer hier den Bildschirmmittelpunkt auf dem Boden halten. Weil ich hab schon mal hier, bin ich den Eingang reingekommen und dann lagen hier 20 Dollar auf dem Boden. Ja. Die siehst du halt nicht. Die hat er dann halt eingefädelt, weißt du, als Pickup. Hm. Ah, so gut. Ah, das ist ein Aimpoint. Das da drauf ist. Bitte? Auf dem Sturmgewehr hier, das ist ein Aimpoint. Rotpunkt ist hier. Äh, wir gehen jetzt übrigens, wir sind jetzt übrigens wieder nach Norden gegangen. Oh ja wir müssen unter die Brücke und dann mal links irgendwann. Oder wir gehen gleich in die Hauptstraße runter. Ja, gleich noch sehen. Aber ich fange dann jetzt auch gleich an, aufzudocken. Okay, dann sollten wir uns vor allen. Hier ist ein Zombie, nix. Ich hab schon mal das Messer geholt. Papier du Arschgesicht, das haut er ab. Die sind tricky, ey. Hier links ist ein Baileys. Halb links. Nicht. What? Ich hab ein Medikit, falls dein Held zu niedrig wird. Ja gut, für medizinische Notfälle hab ich auch guten Stuff. Müssen wir weiter nach Süden? Da war doch irgendwie so ein riesiges Baileys. Ja eben, müssen weiter in die Richtung. Warte mal grad, hier liegt Stuff. Okay, alles klar. Was ist denn das, eine Pumpkan? Ja. Kannst sie aufnehmen und die Munition rausholen. Oh, fetter Zombie, fetter Zombie. Auch da hinten auch. Ne, da war doch ein fetter. Ach, scheiß Roller. Alright. Ach, die nervt mich hier, Zögel. Wenn du rennst, dann attractest du die über dem ganzen Block hinweg. Deswegen renne ich auch nie. Normale Schrittgeschwindigkeit. Dann bockt dir das auch nicht so. So, hab ich jetzt keine Erfahrung gekriegt. Okay. Du bist bei der Tankstelle? Ja. Aber hier ist nix. Ich geh rüber zum 24-7. Hier ist auch ne Crash Site. Das ist die, wo ich gestern abgekillt worden bin. Aber hier ist auch nix, Alter. Was mich den Latzen gemacht hat. Wo ist denn der 24-7 Market? Mit der gegenüberliegenden Straßenseite von der Tankstelle. Ah ja, sehe. Lass mal weiter nach Süden. Oder sag mal nach... Ich bin hier bei der Crash Site. Crash Site? Ach, da hinten. Ich muss mir aber aufpassen. Hier gammelt bestimmt wieder irgendwo einer ab. Geh dich. Ich bin hinter dir. Geh dich. Ich bin hinter dir. Nix. Und jetzt müssten wir einmal quer über dem Platz sein, dann müsste da der Große sein. Hier vorne ist auch irgendein Geschäft. Ah, und da hinten ist der Große, ja. Lass mal erst mal hier reingehen. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist gar nix. Dann bleib ich gleich draußen. Hier ist ein Crawler auf der Kreuzung. Nein, hier ist überhaupt nix. Ah. Ja, klar. Komm zu Papa. Ist er denn auch da? Ist er denn auch da? Nein, ich muss nicht mehr. Ich muss auch da rein. Ich bin sehr neugierig. Ja. Ich muss dann weg. Ich kann das raus ausgehen. Ist das nicht weg? Komm jetzt auch rein? Oh, das sieht mich gut aus. Das sieht mich gut aus. Nicht mal eine Packung Chips oder so ein Scheiß. So, und dann nochmal quer über ein Square und dann müssten diese drei Kleinen kommen. Hier rechts ist noch eine Tankstelle, ist da was? Ich meine, das die ist, die ich auch gerade sehe und hinlaufe. Ja. Und da hinten dran ist ein kleines Bellys. Da liegt auch was. Oh ja. Geld. Doom Reaper. Hier ist Wasser, nimm dir mal das Wasser hier. Oh, no backpack space, ey, glaubst du's nicht? Muss man irgendwas droppen hier. Ich will mir das andere Wasser an, trinkst. Ah, ich glaube immerhin ein bisschen was. Hier ist noch was im Promax, das ist auch ein Energietrink. Kannst du dir nehmen. Hier ist neues Zeug gespawnt. Sewing Kit, ähm, Soap. Gleichmittel. Warte, warte, ich dropp dir das, äh, Energietrink. Oh, Wasser ist gut. Oh, Wasser. Sag, Wasser ist gut. Warte, ich dropp dir hier, äh, den Energietrink. Ja. Aber... Und jetzt bräuchte ich... Und jetzt bräuchte ich... Außen ist, äh, fetter gespawnt. Ja, ich muss erst mal hier schnell was. So. Erstmal den dicken Kapkut an, ja. Boah, Alter, ist ja einsteckend. Homo! Er hat mich derbe kaputt gefickt, der Herr. Hast du Medi-Zeug? Ich hab Bandages. Bring mir aber nix, Gott. Ich brauch Pain-Killer oder so'n Scheiß. Warte, ich drop dir Medi-Kids. Hier. Oh, ey. provocative Jusgen. Obvio! 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 640 Hier hinten ist ne Greshzeit Du mit deinem gesprinten Sorry, ich lasse sein Da ist er, ist ein Scroller Alter Hier links, was, hier liegt doch was Ich hab mir mal meinen Melee-Pub gepostet Hier ist noch ein Grauer in der Mitte Umgehen oder wegachsen? Nicht mehr egal, wie du Bock hast Ja, wo man ausfragen geht Ist denn hier vorne so ein Safe-Point? Oder der Safe-Zone? Ja, sowas halt Outpost Aber die sind erst aktiv, wenn man dieses Devices aktiviert, oder? Ne, der Marketplace ist immer aktiv Außer bei der großen, die Lakeside Dann kann ich nämlich mal ein bisschen Metzen-Scheiß kaufen Kohle müsste ich glaube ich eigentlich haben Oder genug Zeug zum verticken auf jeden Fall Ja 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 ist das auch eine Safe-Zone Oder kann man da von Zombies attackiert werden? Weil er kein Kreis-Tramon ist Aber in der einen Hand ist ja so gesehen auch nichts drumherum Ne, ab einem gewissen Level hier Ich glaube erste oder zweite Etage hoch Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung Ich wurde halt noch nie attackt Weiß ich nicht, das werden wir sehen Wenn wir mal attackt werden Der Shop ist woanders Das ist irgendwo Ah, der ist da in dem Großen